und herzlich willkommen zurück zu mit gelbe teilen ich habe die letzte Folge einfach so abgebrochen ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen so, halt, nein, wir haben nur ein Spiel äh, zack 2 Millionen geknackt, geil so komisch, ich mache auf automatisch und höre immer auf, ey brechen wir doch mal, reißen wir das doch nochmal ab 1,5 könnt ihr selektieren alle da rein alle da alle da 1 ohne Job ne ja, dieses über 300 eingenommen hat 300 Millionen meinte ich können wir hier mal so eine Konsole entwickeln oder zwei so, die beiden können mal so ein Update raushauen 4 noch 1 2 2 3 Mhm, mhm, mhm. Na, dauert ihn, Melanie. Zuweisen. Zwei noch. Da wir so viel Geld haben, können wir jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Jetzt werfen Millionen Päcker hier auf. Drei Millionen, haha. Oh, 400 Millionen. Alles erforscht. Sehr geil. Hier rein. So, Konsole entwickeln. Bereits festlegen. Drei, tschi. Wunder. Drei, tschi. Drei, tschi. Drei, tschi. Drei, tschi. Äh, blau, wie die Küste. Drei, tschi. Tschi. Drei, tschi. Drei, tschi. Zwei Sachen, zack, ne, halt, ein Spiel, und eine Konsole. Da kann ich jetzt nichts machen, ne, die entwickeln jetzt, ne, Schipsatz. Vier Millionen Spinnen auf das Spiel, super. Was ist da heute? 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 Oh, guck mal, das brauche ich auch nicht mehr. Was ist da heute? Die sind alle beschäftigt. Was ist da heute? 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 Zuweisen. Eigene Messe. Von so einem Millionen hat es eingebracht, das Game. Geil, geil, geil. Dadurch können wir jetzt eine eigene Konsole entwickeln. Die GT1. Aktuelle Produktionskosten. Deine Konsole. 25, ja. 30.000. Preis automatisch festlegen. Ne, 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 ne. Oder doch, oder ne. Ist mir nicht. Stopp. Produktion. Äh, ne, ne. Muss ich sie jetzt selber produzieren. 1%. Krass. Wollen wir mal so eine kleine? 1%. Krass. Und eine Konsole. Können wir nochmal ein Spiel entwickeln, oder? Können wir nochmal ein Spiel entwickeln? Können wir nochmal ein Spiel entwickeln? Können wir nochmal ein Spiel entwickeln? Augenblick Geduld und mal gucken. Können wir nochmal ein Spiel entwickeln? Hm. 26 Millionen. Ja. 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 ist mein finanzbericht da bin ich top ten auch top ten ok schatz der woche oh meins 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 finanzen eigene konsole 200 millionen schon eingebracht krass personal marketing was hat sie jetzt insgesamt gekostet jahresbilanz eigene konsole 700 millionen sagen wir 670 aber trotzdem schulgewinnei Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, guck mal, die läuft. Wie die Kleine dann ausfällt, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.